Was geht? Ich bin's, euer Marcel Bro und heute spielen wir das neue Spiel Herr Anwalt. Ich weiß gar nicht, weil das heißt oder so in der Art. So, wir gucken jetzt erstmal. Spielen, modieren, neue Story, neue Story. Jetzt gucken wir mal. Hallo? Herr Anwalt, wir brauchen Ihre Hilfe. Was ist passiert? Die Lehrer sind verrückt geworden. Sie lassen uns nicht mehr aus der Schule. Das verstößt gegen das Gesetz. Oh nein, sie haben mich gewohnt. Dann kam sie ganz schnell. Das Handy wird einkassiert. Ihr habt es gehört. Ich muss unbedingt etwas unternehmen. Let's go. Was ist der Paragraph? Ah, hier. Paragraph? Der Paragraph 163 soll dieses Tonic aufgehen. Jetzt geht's nicht dringend. Also, das ist die knows. Wie geht's denn? W-B-B-E da. W-B-B-E. W-B-E. Ich habe das Spiel auch noch nie gespielt. Ich habe das Spiel gemacht! Leute. Leute? Wobbelchen! Herr Anwalt, Sie sind also wirklich hierher gekommen. Lassen Sie die Kinder frei. Meine Aufgabe ist es, dass die Kinder was lernen. Und sie werden am meisten... Sonst gibt das eine Sechs. Wir müssen mit was... So, Leute. Ich probiere es jetzt nochmal. Oh, Leute. Ich check das nicht. Yes. Weiter geht's. So. Leute. Ich spiele das auch zum ersten Mal. Müsst ihr auch wissen. Deswegen bin ich da nicht so gut. Ich werde mehrere Folgen von diesem Game aufnehmen. Es passt gerade. Aber ich habe das Prinzip schon verstanden. Wenn man Mama also verliert, dann... ... ... ... ... ... damit fang ich von sohn an. So komm. Das hier nochmal 3. Leute, ich krieg dieses Spiel nicht. Jetzt darf ich nur noch eine Chance um das zu geben. Und damit... Tut mir leid, Leute. Ich mach einen zweiten Part, wenn ihr Bock habt. Aber... Ja, ich mach auf jeden Fall einen zweiten Part. Ich check diese... Ich check diese Steuerung nicht, Leute. Tut mir leid. So, Leute, bin wieder da. Leute, was ist rein? Leute, ich check es einfach nicht. Wenn ich hier nicht mal weiterkomme, dann mach ich es. Ramba... Ach komm, was ist an diesem Spiel? Jetzt! Leute, es vertritt mich gerade. Tut mir leid, dass es mich aufregt, aber... Okay, das regt mich gerade übertrieben auf. Leute, ich komm nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr gegen Bosse kämpfen. Ich muss nur so einen doofen Karton machen. Oh! Leute, ich glaub... Ich dreh gleich durch. Ich dreh gleich durch, Leute. Das Level ist fast unmöglich, wenn man das nicht schafft. Let's go! Und jetzt guck... Mann, Leute! Tut mir leid, dass ich gerade so laut geworden bin. Was ist mit dieser Ausdauer los? Leute, tut mir leid. Ich kotze es auch an, dass ich... Wow! Was war das, Leute? Leute, es war kalt. Ah! 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 Leute, es war kalt. Ah! Ah! Du mal... Es kotzt mich halt an, weil... Die, ähm... Es kotzt mich halt an, weil... Ähm, wie heißt es? Ihr seht ja diese Stempel da oben. Und wenn die drei weg sind, muss man wieder von dem nächsten Checkpoint anfangen. Und es ärgert doch nicht halt an dem Spiel. Aber es wird ja einfacher, hat er gesagt, in dem Update. Weil ich auch noch mal... In Relections... Jetzt schaffe ich dieses Level nicht mehr. Ich schaff's einfach nicht mehr. Ich schaff's einfach nicht mehr. Jetzt, Leute. First try. Ich glaub, man muss den Dreh raushaben und dann... Ich war zu niedrig. Ach, komm! Was ist das?! Hey, ich hab mich doch angehalten! So, Leute! So, Leute! Leute, es tut mir nochmal leid, dass ich ein bisschen so ausgerascht bin. Aber in diesem Spiel kann man nur ausraschen. Tut mir leid, wenn alle Herr Anwalt spielfähig sind. Aber ich bin entweder nicht würdig oder check das Spiel nicht. Und wenn du dich auch zu lang schwingst, dann verkrankst du dich, höre. So ging's mir. Jetzt... Ich geh's grad weiter. Leute, noch einmal und dann beende ich das Video. So, das bildet ihr jetzt nicht, weil ich... Verpackt hier safe, ja. Aber jetzt, wenn ich jetzt noch einmal verpackt, dann tut's mir auch leid. Also... An allerhand war das Verhältnis. Man... Ich werd davon wahrscheinlich keine Relaxions mehr machen, außer ihr wollt. Und dann werd ich davon... Ist zu schwierig! In meinen Augen, ich hab das nicht. Ich bin nur hier. Ich hab das auch noch einen Doppelsprung. Hier. Hi, Leute. Also, ich nehm euch jetzt mit. Äh, ich mach kurz nen Cut und dann, wenn... Wenn ich's geschafft hab, mach ich's weiter. Bis gleich. Ciao. So, Leute. Ich glaub, ich probier's jetzt nur noch einmal. Und dann beende ich den... Das Video, weil... Leute, ihr seht's. Ich hab die Steuerung ja entkapiert. Ja. Damit beende ich das Video. Damit beende ich das Video. Ciao, Leute. Schönen Tag euch noch. Ciao. Liked, abonniert, wenn ihr Bock habt. Tschü-tü-tü-tü.